Von außen gekommenen, von eigenen Wünschen diktierten, der Historie aufgezwungenen Formen, stelle ich dir natürliche, die kopernikanische Gestalt des Weltgeschehens entgegen, die ihm in der Tiefe inne wohnt und sich nur dem nicht voreingenommenen Blick offenbart. Ich erinnere an Goethe. Hier stand die Welt als Mechanismus der Welt als Organismus, die Tote der lebendigen Natur, das Gesetz der Gestalt gegenüber. Jede Zeile, die er als Naturforscher schrieb, sollte die Gestalt des werdenden, geprägte Form, die lebend sich entwickelt, vor Augen stellen. Nachfühlen, anschauen. Vergleichen, die unmittelbare innere Gewissheit, die exakte sinnliche Fantasie, das waren seine Mittel, dem Geheimnis der bewegten Erscheinung nahe zu kommen. Und das sind's die Mittel der Geschichtsforschung überhaupt. Es gibt keine anderen. Dieser göttliche Blick ließ ihn am Abend der Schlacht von Valmi am Lagerfeuer jenes Wort aussprechen, Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen. Kein Heerführer, kein Diplomat, von Philosophen zu schweigen, hat Geschichte so unmittelbar werden gefühlt. Es ist das tiefste Urteil, das je über einen großen Akt der Geschichte in dem Augenblick ausgesprochen wurde, wo er sich vollzog. Und so wie er die Entwicklung der Pflanzenform aus dem Blatt, die Entstehung des Wirbeltiertypus, das Werden der geologischen Schichten verfolgte, das Schicksal der Natur, nicht ihre Kausalität soll hier die Formensprache der menschlichen Geschichte, ihre periodische Struktur, ihre organische Logik aus der Fülle aller sinnfälligen Einzelheiten entwickelt werden. Man hat sonst den Menschen den Organismen der Erdoberfläche zugerechnet und mit Grund. Sein Körperbau, seine natürlichen Funktionen, seine ganzesinnliche Erscheinung, alles gehört einer umfassenden Einheit an. Nun hier macht man eine Ausnahme. Trotz der tiefgefühlten Verwandtschaft des Pflanzenschicksals mit dem Menschenschicksal, einem ewigen Thema aller Lyrik, trotz der Ähnlichkeit aller menschlichen Geschichte mit der jeder anderen Gruppe höherer Lebewesen, einem Thema unzähliger Tiermärchen, Sagen und Fabeln. Hier vergleiche man, indem man die Welt menschlicher Kulturen rein und tief auf die Einbildungskraft wirken lässt, nicht indem man sie in ein vorgefasstes Schema zwängt, man sehe in den Worten Jugend, Aufstieg, Blütezeit, Verfall, die bis jetzt regelmäßig und heute mehr denn jede ausdrucksobjektiver Wertschätzungen und aller persönlichster Interessen sozialer, moralischer oder ästhetischer Art waren. Endlich objektive Bezeichnungen organischer Zustände. Man stelle die antike Kultur als in sich abgeschlossene Erscheinung. Als Körper und Ausdruck der antiken Seele neben die ägyptische, indische, babylonische, chinesische, abendländische und suche das typische in den wechselnden Geschicken dieser großen Individuen. Das Notwendige in der unbändigen Fülle des Zufälligen. Und man wird endlich das Bild der Weltgeschichte sich entfalten sehen, das uns, den Menschen des Abendlandes, und uns allein natürlich ist. Kehren wir zur engeren Aufgabe zurück. So ist aus diesem Weitblick die westeuropäisch-amerikanische Lage zunächst zwischen 1800 und 2000 morphologisch zu bestimmen. Das war in dieser Zeit innerhalb der abendländischen Gesamtkultur. Ihr Sinn als biografischer Abschnitt, der in irgendeiner Gestalt mit Notwendigkeit in jeder Kultur anzutreffen ist, die organische und symbolische Bedeutung ihrer politischen, künstlerischen, geistigen, sozialen Formen Sprache soll festgestellt werden. Eine vergleichende Betrachtung ergibt die Gleichzeitigkeit dieser Periode mit dem Hellenismus, und zwar im Besonderen die ihres augenblicklichen Höhepunktes, bezeichnet durch den Weltkrieg mit dem Übergang der Hellenistischen in die Römerzeit. Das Römertum, von strengsten Tatsachen Sinn, ungenial, barbarisch, diszipliniert, praktisch, protestantisch, preußisch, wird uns, die wir auf Vergleiche angewiesen sind, immer den Schlüssel zum Verständnis der eigenen Zukunft bieten. Griechen und Römer, damit scheidet sich auch das Schicksal, das sich für uns schon vollzogen hat, von dem, welches uns bevorsteht. Denn man hätte längst im Altertum eine Entwicklung finden können und sollen, die ein vollkommenes Gegenstück zu eignen, westeuropäischen, bildet, in jeder Einzelheit der Oberfläche verschieden, aber völlig gleich in dem inneren Drang, der den großen Organismus seiner Wundungen gegentreibt. Wir hätten Zug um Zug vom Trojanischen Krieg und den Kreuzzügen, Homer und dem Nibelungen lädt an über Durk und Gotik, dionysische Bewegung und Renaissance, Polyklet und Sebastian Bach, Athen und Paris, Aristoteles und Kant, Alexander und Napoleon bis zum Weltstadtstadium und Imperialismus beider Kulturen hier ein beständiges alte Ego der eigenen Wirklichkeit gefunden. Aber die Interpretation des antiken Geschichtsbildes, die hier Vorbedingung war, wie einseitig ist und ist sie immer angegriffen worden. Wie äußerlich! Wie patensch! Wie wenig umfassend! Weil wir uns den Alten allzu verwandt fühlten, haben wir uns die Aufgabe allzu leicht gemacht. In der flachen Ähnlichkeit liegt die Gefahr, der die gesamte Altertumsforschung erlegen ist, sobald sie von dem bis zur Meisterschaft entwickelten Ordnen und Bestimmen der Funde zu seelenhaften Deutungen überging. Es ist ein ehrwürdiges Vorurteil, dass wir endlich überwinden sollten, dass die Antike uns innerlich nahe steht, weil wir vermeintlich ihre Schüler und Nachkommen, weil wir tatsächlich ihre Anbäter gewesen sind. Die ganze religionsphilosophische, kunsthistorische, sozialkritische Arbeit des 19. Jahrhunderts war nötig, nicht um uns endlich die Dramen des Isilus, die Lehre Piatos, Apollo und Dionysos, den athenischen Staat, den Cäsarismus verstehen zu lehren, davon sind wir weit entfernt, sondern um uns endlich fühlen zu lassen, wie unermesslich fremd und fern uns das alles innerlich ist, fremder vielleicht als die mexikanischen Götter und die indische Architektur. Unsere Meinungen von der griechisch-römischen Kultur haben sich immer zwischen zwei Extremen bewegt, wobei ohne Ausnahme der Schema Altertum, Mittelalter, Neuzeit die Perspektive aller Standpunkte von vornherein bestimmte. Die einen, Männer des öffentlichen Lebens vor allem, Nationalökonomen, Politiker, Juristen, finden die heutige Menschheit im besten Fortschreiten, schätzen sie sehr hoch ein und messen an ihr alles Frühere. Es gibt keine moderne Partei, nach deren Grundsätzen Cleon, Marius, Demis, Dockerewes, Kerteliner und die Gräken nicht schon gewürdigt worden sind. Die anderen, Künstler, Dichter, Philologen und Philosophen, fühlen sich in besagter Gegenwart nicht zu Hause, nehmen darum in irgendeiner Vergangenheit einen ebenso absoluten Standpunkt ein und verurteilen von ihm aus ebenso dogmatisch des Heute. Die einen sehen im Griechentum er noch nicht, die anderen in der Modernität ein nicht mehr, immer unter dem Eindruck eines Geschichtsbildes, das beide zeitalter Linien förmig aneinander knüpft. Es sind die zwei Seelenfausts, die sich in diesem Gegensatz verwirklicht haben. Die Gefahr der einen ist die intelligente Oberflächlichkeit. Es bleibt von allem, was antike Kultur, was abklanzte antiken Seele gewesen war, zuletzt nichts in ihren Händen als ein Bündel sozialer, wirtschaftlicher, politischer, physiologischer Tatsachen. Der Rest nimmt den Charakter von sekundären Folgen, Reflexen, Begleiterscheinungen an. Von der mythischen Wucht der Chöre des Eislos, von der ungeheuren Erdkraft der ältesten Plastik, der dorischen Säule, von der Glut der apollinischen Kulte, von der Tiefe selbst noch des römischen Kaiserkultes ist in ihren Büchern nichts zu spüren. Die anderen, verspätete Romantiker vor allem, wie noch zuletzt die drei Basler Professoren Bachofen, Burkhardt und Nietzsche, erlegen der Gefahr alle Ideologie. Sie verlieren sich in den Wolkenregionen eines Altertums, das lediglich ein Spiegelbild ihrer philologisch geregelten Empfindsamkeit ist. Sie verlassen sich auf die Reste der alten Literatur. Das einzige Zeugnis, das ihnen edel genug ist, aber noch nie ist eine Kultur durch ihre großen Schriftstelle unvollkommene repräsentiert worden. Entscheidend ist die Auswahl des übrig gebliebenen, die nicht allein vom Zufall, sondern ganz wesentlich von einer Tendenz bestimmt ist. Der Attizismus der Augustuszeit, müde, unfruchtbar, pedantisch, zurückschauend, hat den Begriff des Klassischen geprägt und eine ganz kleine Gruppe griechischer Werke bis auf Plato herab als klassisch anerkannt. Das Übrige, darunter die gesamte reiche hellenische Literatur, wurde verworfen und ging fast vollständig verloren. Jene von einem schulmeisterlichen Geschmack ausgewählte Gruppe, die größtenteils erhalten blieb, hat dann das imaginäre Bild des klassischen Altertums in Florenz sowohl wie für Winkelmann, Hölderlin, Goethe und sogar Nietzsche bestimmt. Anderen stützen sich vorwiegend auf das nüchterne Quellenmaterial der Rechtsurkunden, in Schriften und Münzen, das insbesondere Burkhardt und Nietzsche sehr zu ihrem Schaden verachtet hatten, und ordnen ihm die erhaltene Literatur mit ihrem oft minimalen Wahrheits- und Tatsachensinn unter. So nahm man sich gegenseitig schon der kritischen Grundlagen wegen nicht ernst. Ich wüsste nicht, dass Nietzsche und Mommsen einander die geringste Beachtung geschenkt hätten.